Muss ich ehrlich zugeben. Ach, der Fisch kommt nicht mehr. Ja gut. Ist mir recht. Das ist mir nicht recht. Bitte? Mich juckt es an der Lippe, aber... Uuuuh, das ist gegen uns Auge. Na gut, also Bubble Man, heh heh, werden wir jetzt wohl wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Das Dead Select, also, dann haben wir schon mal wenigstens Metal Man geschafft. Oh, oh. Oh, Würmchen. Würmchen. Es steht ein Würmchen mit dem Schwämmchen auf dem Hömmchen, kommt Störmchen und bis das Würmchen mit dem Schwämmchen auf dem Hömmchen. Wuhu. Einfach mal hier. Hoop. Nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Jetzt. Jemau. Das war an der Kante, meine Lieben. An der Kante. Oh, Mann. Oh man, ich mag die Stage nicht. Diesmal wirklich... Die finde ich... Oh nein, bewege dich! Du, du mehdest ein Auge, du! Nee, was? Ich hab doch... Ich hab doch erst dein Leben eingesammelt. Oh, ich hasse... Okay, jetzt ist offiziell, ich hasse die Stage. Bin ich den guten Weg gegangen? Ich denke... Ja? Oh, ich bin doch... Ja, definitiv, ich liebe dieses Spiel. Ich sollte nach rechts ausweichen, irgendwie. Das war wieder der Letzte! Hallo! Money! Das kotzt mich an! Ah, Mann! Nein! Nee! Was? Nee! Nö! Nö! Nein! Was? Wie? Was? Nein! Was? 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 Nö, 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 also... Das ist wohl... Total... Bescheuert. Total bescheuert ist das. Also, mir fällt da jetzt wirklich nichts ein, was ich... Das zu sagen soll. Das ist einfach nur... Bescheiden. Okay, grad hab ich... Das läuft grad gut. Wenn du jetzt noch mal Energie fallen lässt, dann... Ich könnte dich knutschen, mein Lieber. Ich könnte dich knutschen. Gut. Wie kann man da... Hallo? 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 Das war eine knappe Kiste. Oh, das war mir nicht... Diesmal, dieser knappe Sprung war das einzige Knappe, was ich je haben wollte. Einfach alles raushauen. Weili, du hast ab. Verdammt, noch eins. Oh, Mann. Ne zweite finale Stage. Ach, du altes Arschgesicht. Oh, Eintreffer und ich bin Geschichte. Ich werde zur Legende. Mein Name wird zur Legende, das sag ich euch. Ja, ich krieg dein Fackbord. Ja, was? Was ist nützlich? Nein, Zeit abgelaufen. Keine München mehr. Och, das ist doch... Kacke. Große Schwienhalle. Es tut mir leid. Och, komm, Megaman. Ich kann jetzt verstehen, warum du in dem siebten Teil einen abknallen willst. Ich verstehe dich jetzt voll. Also dann, bis demnächst, Leute. Tschüss und goodbye. Und Megaman macht nicht auch davon. Alright. Und und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.